Scharf angegrillte Zucchini, rote Beete aus der Glut, die dann nochmal nachträglich angegrillt worden ist, Zwiebel aus der Glut, die nachträglich nochmal angegrillt ist, ein Steak, was auch mitten in der Glut lag, das andere, was einfach nur normal über der Glut angegrillt ist und ein rote Beete Chutney, was er selber vorher zubereitet hat, was er mit ein bisschen Balsamico, alten, guten Balsamico und Salz abgeschmeckt hat. Das Fleisch ist Wildfleisch mit unserem Africa Desert Dust und die Zucchini hat er mariniert mit Harissa. Ich habe eigentlich alles schon probiert, ich werde es trotzdem nochmal machen. Ich werde es trotzdem probiert, ich werde es trotzdem probiert, ich werde es trotzdem probiert, Guten Morgen, wir sind in der Nähe von Omururu auf der Onrukaya Lodge und das hier ist Ron van Heymet. Is it right? Yes. Ron ist Holländer und lebt in Namibia jetzt mit seiner Frau und seinen Schwiegereltern und die führen diese Lodge. Ron kommt aus einer Sterneküche in Holland und er bereitet alle seine Gerichte draußen live auf einem Brei zu. Rote Beete ist so ein bisschen was wie das Nationalgemüse hier, wächst hier sehr gut in der trockenen und in dem wüstigen Boden. Ron schmeißt die Dinger einfach in die Glut, macht da ein bisschen Alu drum, wirft die in die Glut und er sagt, die werden super süß. How long do they take? About 40 minutes. 40 minutes, also 40 Minuten bleiben die wirklich so in der Glut liegen. Es wird sogar noch besser. Hier auf dem Gelände gibt es Wild und das schießen die selber und das gibt es heute auch. Das ist ein Hardaby, Name auf Deutsch muss ich nochmal rauskriegen. Das wird er mit Africa Desert Dust machen, glaube ich. Die Zucchini hier, die wird er mit Harissa marinieren und der fermentierte Pfeffer kommt nachher über das Fleisch rüber. Sehr lecker. Also die Soße, die er hier selber macht und das ist ja oft in den guten Küchen so, die ist aus 30 Kilogramm Wildknochen. Er hat einen riesigen Topf, da kommen die Knochen rein, dann kommt dann Tomatenmark mit dazu, ein bisschen Kräuter und Gewürze, red wine, roter Wein. Das gibt dann später so eine ganz tolle dicke Soße, die man eigentlich direkt so auf Fleisch machen kann. Super lecker. Wie werden wir das Steak grillen? Ja, I'm gonna do it in two ways. I'm gonna grill it just on the grill and we're gonna put it directly onto the coals. Und Ron macht das Steak caveman-Style, er schmeißt es direkt in die Glut rein, da bin ich sehr gespannt drauf. Genauso wie die rote Beete macht Ron auch die Zwiebeln direkt in der Glut. Die Zwiebeln werden aber auch nicht eingepackt, sondern kommen einfach ganz, wie sie sind, so in die Glut rein. Da die sehr groß sind, kann man dann nachher so zwei, drei Schichten von der Schale abnehmen und innen drin sind sie dann ganz super lecker durch, ein bisschen süßer, super. Ron lässt die immer ganz, also er schneidet die wirklich nur einmal in der Mitte durch, dann mariniert er die und dann kommen die auf den Grill. Good? Shall I give you this? Yes, it will be nice. Harissa ist eine Mischung von uns, da ist drin Knoblauch, Kreuzkümmel, Paprika edelsüß, Chili, eine sehr afrikanische Mischung, eher nordafrikanisch, aber das passt hier auch ganz gut her und wenn ich das rieche, kriege ich auch schon Hunger. Also Ron macht das genauso wie ich, einfach rauf machen und mit den Händen reingehen. So, Ron wird jetzt mal die Steaks vorbereiten. Yeah, of course. Here we have some nice hard to be steaks. It doesn't have any fat, da ist überhaupt gar kein Fett dran, but still it tastes good. Yeah, you don't have to overcook it, then it gets a little bit tender and the taste will be very strong. Man darf das Wildfleisch nicht überkochen, also man muss gucken, dass das richtig schön rosa ist in der Mitte, dann schmeckt es super. Normalerweise kochen ich die Temperatur 46 Grad. 46? Yes. 46 Grad Kern Temperatur, das ist ganz schön wenig, aber gut. Die Onions look ready. Die Zwiebeln sind schon ganz schwarz. Yes. They are not yet ready. Almost. So, wir probieren jetzt mal eine Zwiebel. Very easy. Just run out. Perfekt. And this is how you would put them on the plate. So als Ganzes würde er die auch auf dem Teller tun. Riecht phänomenal. Und ich hoffe, er lässt mich mal probieren. Can we try one? Yeah. Thank you. Das ist einfach nur eine Zwiebel, aber die ist so lecker. Super. Great. It's nice. Great. It's really easy and really good. Yeah, really tasty. I will take care of this. Mmh. Mmh. Ron, tell me how to do this steak. Wie machst du das steak, Ron? Yeah, we just also marinated for five minutes with a little bit of oil and African desert dust. This one is really good. I never tried it. So it's gonna be the first time for me. Er mariniert das Fleisch mit ein bisschen Öl und mit unserem Rub. Und er ist sehr gespannt, wie das schmeckt. Smells good. Mmh. It's worth a couple of minutes. Er lässt das steak jetzt noch ein bisschen ruhen, damit das ein bisschen einziehen kann. Yeah, that's good. Mmh. The flavor is very nice. Mmh. Yeah. Mmh. 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 Also er bereitet die meisten Sachen drinnen in der Küche vor, klar, und grillt sie dann aber fertig draußen, damit die Gäste, die hier sind, das sehen können. Toll, finde ich super. Die Zucchinis kommen auf den Grill? Yes. In a couple of years I don't have any hash left on my table. In a couple of years I don't have any hash left on my arms. Okay. Those onions are also ready. Okay. Er nimmt mal die Zwiebeln runter. Get them out of the fire. Get them out of the fire. Die großen sind etwas süßer als die kleinen. Und er packt die jetzt ein, damit da keine Luft dran kommt mehr. Er sagt, dann kriegt man die Haut besser ab. Ja. Er fässt wirklich die glühenden Zwiebeln an, die aus dem Feuer kommen. Ein bisschen höher. Er stellt das Rost ein bisschen runter und die Zucchinis kriegen jetzt richtig Zunder. Jetzt kommt das Steak drauf. Und die rote Beete kommt vom Feuer. Kommt mit. Ron fässt wirklich alle Sachen mit seiner Hand an, die aus den glühenden Kohlen kommen. Und er beschwert sich bei mir, dass er sich immer die Finger verbrennt. Na gut. Also man merkt, die ist innen schon ein bisschen weich. Und es riecht wirklich schon sehr gut. Ron schält sie. Mhhh. Heiß. Aber es riecht ganz toll. Ja. Es riecht ganz toll. Und man kriegt schöne rote Finger. Die rote Beete, die durchgegart ist, schneidet er klein und legt sie nochmal auf den Grill. Man kann die Sachen auch manchmal wirklich scharf angrillen. Durch der scharfe Angrillen kriegen die Sachen dann gleich nochmal ein bisschen Aroma mit dazu. Man sieht, dass die sind fast schwarz. Aber er kommt ja aus der Sterneküche. Er wird wissen, was er macht. Die Zwiebel schält er einfach mit der Hand. Und ich mach mal das, was ich am besten kann, aufräumen. Ja. A little bit of cleaning. Ja. Nice. Nice. Jesus. Ron packt das Steak nochmal ein und lässt es einfach an der Seite liegen, damit es noch ein bisschen durchziehen kann, damit sich der Fleischsaft ein bisschen setzt. Die rote Beete, durchgegart in den Kohlen und nochmal angegrillt. Er macht ein bisschen Salz drüber und Öl. Und alten Balsamico. Ron grillt alle Sachen gerne etwas schärfer an. Er sagt, das Aroma, was man durch das Anbrennen kriegt, ist super. Er hat das Steak einmal umgedreht in den Kohlen und es ist auch gar nicht schwarz aus. Und es sieht super aus. Good. We can also wrap it in a little bit of foil. Er würde seinen Gästen gerne das Steak immer roh bringen, aber er sagt, die wollen das immer ein bisschen durch haben. Aus dem Grund, ja. Also, rare finde ich auch nicht so lecker. I prefer medium rare. Yeah, me as well. Okay. So, I will get the plate and then we can start this thing up. Ron holt einen Teller und dann geht's los. Ron macht jetzt einen Teller fertig. Bin ich sehr gespannt. Guckt euch das mal an, wie das ein Profikoch macht. Jetzt positioniert er die angegrillte rote Beete daneben. Und man sieht es, gute Küche kann so einfach sein, dass es doch ganz toll, was er macht hier. Er schält die Zwiebeln nochmal. Sieht super aus. Mmmh. Perfekt. Oh ja. Sehr gut. Das ist jetzt das Steak, was auf den Kohlen war. Es ist gar nicht groß schwarz oder kohlig außen. Mmmh. Schmeckt immer nochmal ein bisschen anders. Ganz toll, wirklich. Mmmh. Guckt euch das mal an. Das Fleisch ist so schön rosa in der Mitte. Mmmh. Ja. Ein bisschen Salz. Und dann nehmen wir ein Stück hier. Und das andere. Ein bisschen. Ja, was soll man dazu sagen. Ron hat sich selber übertroffen. Wir haben hier draußen am Grill wirklich ein wahnsinniges Mahl bereitet. Scharf angegrillte Zucchini. Rote Beete aus der Glut, die dann nochmal nachträglich angegrillt worden ist. Ein Steak, was auch mitten in der Glut lag. Das andere, was einfach nur normal über der Glut angegrillt ist. Und ein Rote Beete Chutney, was er selber vorher zubereitet hat. Was er mit ein bisschen Balsamico, alten, guten Balsamico und Salz abgeschmeckt hat. Das Fleisch ist Wildfleisch mit unserem Africa Desert Dust. Und die Zucchini hat er mariniert mit Harissa. Ich habe eigentlich alles schon probiert. Ich werde es trotzdem nochmal machen. Ganz tolles Gericht. Finde ich super, toll. Ron. La taste. Ron, thanks very much. This is really so great. Look at it. It looks like you're an artist. Ich habe gesagt, Ron, du bist ein Künstler. And shall we try it? Of course. Ron und ich probieren jetzt einfach mal. Let's try. Shall I start? Of course. Thank you. I'll take a little bit of the pepper. Ich nehme mal ein bisschen was von dem fermentierten Pfeffer mit dazu. Schmeckt ganz toll. Super zartes Fleisch. Schöner Wildgeschmack dran. Das Gewürz passt da auch perfekt zu. Dann probiere ich mal die rote Beete. Die ist außen auch richtig schön knusprig. Schmeckt ganz toll. Ich nehme dazu mal ein Stückchen Fleisch. Das war's von der Ondrukea Lodge. Und ich bedanke mich bei Ron. Ron, thanks. That was really great. No problem. I do know how to cook a little bit in grill. But today I really learned a few things. This is gonna be my plate now. Yeah, I will make another one for myself. Thank you. Bye bye. Okay, bye bye. Tschüss. 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 Tschüss.